Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns hier gerade in der Höhle und sollen hier die Piraten des Weißen Schlunz mal wieder angreifen. Das haben wir ja auch schon in der vorletzten Folge glaube ich gemacht. Da sind einige Kämpfe gegen die Bestritten und ja wir sind gerade dabei eine Bonus-Mission mit mehreren Teilen zu erledigen und jetzt sind wir bei Teil 3 und sollen mal die Aufseher des Weißen Schlunz eliminieren. Da sind wir gerade auf dem Weg dorthin. Die willst du wahrscheinlich nur in dem letzten großen Raum geben. Also bisher habe ich hier nämlich noch keine Anführer gesehen. Hier ist noch mal eine Gruppenphase für uns. Das ist glaube ich die eine Hauptkräfte, die die Lunte brennt. Genau. Da sollen wir Bomben entschärfen. Aber wir gehen jetzt erstmal hier weiter und erledigen das uns auf dem Rückweg. Denn wenn wir da jetzt schon reingehen, dann ist die Bonus-Mission vermutlich wieder unterbrochen. Und gerade eigentlich die Bonus-Mission mit mehreren Teilen würde ich schon ganz gerne mitnehmen. So, wir haben jetzt zumindest schon mal den ersten Aufseher erledigt. Hier gibt es den zweiten. Und beim dritten wird das ganze dann wieder aktualisiert. Und dann gibt es bestimmt auch noch mal so einen Endboss. Und dann geht's. so ist der letzte aufseher da mal da versuchte mal hoch zu heilen das bringt ja auch nichts so aktualisiert sich das ganze noch mal so benutze den kommunikator des weißen schlons und beute die erkennungsmarken des anführers ja das ist hier unten irgendwo sehe ich gerade naja hier ist das kleine daten pad das können wir aktivieren und da kommt auch schon der kommandant nur ein goldener gegner also keine große herausforderung anders sehe vielleicht bei diamant aus so damit haben wir dann alle teile der bonus mission abgeschlossen sehr schön dann können wir uns der haupt quest hier widmen noch mal gesehen kein problem stellen wir jetzt einmal kurz aufs passiv modus und dann laufen wir hier zu dem zu dem anderen eingang die hängen wir gleich ab so da geht es auch schon los passiv modus wieder ausmachen nicht vergessen wenn ihr mal flüchtet und dann können wir hier wieder machen auch noch eine mögliche mission ok flammende republik eine riesige anlage hier mitten in der eiswüste kann man ja fast sagen es streckt sich über viele verzweigungen erstaunt wer sowas in wirklichkeit bauen würde vor allen dingen der kälte ja ausreichend motiviert reicht aber nicht aufopferungsvoll muss es sein so sieben gegner noch und hier finden wir schon die ersten bomben ok da müssen wir ran jetzt müssen wir mal schauen hier geht wohl irgendwo noch nach oben und oben scheint auch noch eine zu sein zwischendurch schon mal rufen so das ist die erste bombe jetzt müssen wir mal gucken wie wir da hochkommen hier über den über den streifen hier ok ich wollte den da umgehen und trotzdem kommt es zum kampf so ist er auf die andere seite gehen wir mal hier lang da ist die zweite bombe so einmal entschärfen bitte und dann können wir den trupp 0 anführer hier finden ok und jetzt töten wir ihn doch am ende des tages weil er jetzt hier gerade steht und wir nehmen alles mit so mit dem hier haben wir dann die bonusvision ausmachelt und da werden aber noch ein paar dazu kommen ich sehe das ja schon hier ist alles voller truppen und ich glaube da hinten müssen wir hin da können wir ein bisschen umgehen indem wir jetzt einfach hier lang gehen und da vorne ist der truppe 0 anführer scheinbar alle zivilisten aus der station evakuieren weg von der konsole und hände über den kopf ich sagte weg von der konsole und hände über den kopf hey trottel wenn ihr lange genug mit dem blaster rumfuchtelt wehrt sich am ende noch jemand eindringlinge eindringlinge im schachtraum was ein typ ja die gehört zerstört ganz einfach aber da hält schon ein bisschen was aus muss man sagen und zu werden weiß er sich scheinbar auch aber das war es mit ihm redet schnell verstärkung ist schon unterwegs lasst hören was ihr vorzuschlagen habt wir brauchen euch nicht das imperium wird sich um alles kümmern wir können sonst niemandem trauen da sind sie eliminieren ja mach du mal mittagspause und wir kümmern uns hier nochmal um den truppen 0 kommando so da kommen auch noch mal welche die wollen natürlich auch erledigt werden so und kehre zu captain rewa zurück ich glaube wir sind hier soweit fertig in der höhle da sonst mal schauen ja das sieht gut aus befragung details okay das barras werden wir dann noch kontaktieren je weiter wir dort hinkommen ich würde jetzt erstmal die schnellreise nutzen zurück zum les außenposten dort können wir dann ja zwei quest nochmal abgeben wie es dann weiter geht einmal dr oslom vielen dank wir nehmen auch credits genug herumgang so hier geben wir die bonus mission mit den vier teilen ab wir bekommen auch ein paar credits und hier ist der captain rewa wieder es ist vorbei der reaktor ist gesichert aber ihr braucht jemanden der ihn betreibt gut gut ich habe bereits vorkehrungen getroffen das kommando schickt uns mit der nächsten fähre techniker und wachen sieht aus als könnten wir uns hier doch noch verteidigen sehr gut auf diesem planeten sollte es um siege gehen nicht um stillstände wie ihr meint mein sith lord aber sprechen wir nicht von theorien solange die realität unsere aufmerksamkeit verlangt der captain des fesch außenpostens auf dem gletscher braucht hilfe er ist verletzt und sein außenposten kämpft gegen eine gruppe von fanatikern die hagelsturm bruderschaft ihr könntet ihnen helfen in ordnung ich mache mich gleich auf den weg ausgezeichnet ich sage ihm bescheid ja das schauen wir uns natürlich auch mal an wenn wir schon mal hier sind so wir können glaube ich mal ein paar kisten öffnen und überall mal reingucken was wir da so haben ja ich glaube das war schon alles ok wir haben auf jeden fall wieder viel zu verkaufen ich glaube zerlegen können wir nichts außer das hier unten das machen wir können wir ein bisschen besser gebrauchen als die paar credits die es dafür gibt so wir kommen in einen neuen bereich und hier unten haben wir schon direkt eine heldenquest die würde ich als erstes mal angehen wollen mal sehen ich glaube nicht dass wir über den berg dorthin kommen aber wir können zumindest ja jetzt haben wir schon eine erschöpfungszone erreicht da sollen wir eigentlich gar nicht sein ja so schnell kann es gehen und ihr habt gesehen dann geht halt der gesundheitsbalken langsam aber stetig runter deswegen sollten wir auch sofort umkehren so nichtsdestotrotz haben wir aber dann hier den heldenbereich was gibt es denn hier ok ein paar wachen ok da müssen wir weiter rein mal schauen was wir hier machen sollen besiege bunker brecher piraten und zerstöre die versorgungsgüter der bunker brecher ok hier geht es glaube ich schon los wir werden direkt mal testen wir werden schon gezählt sehr gut sehr gut ja hier fehlt auch noch was zack 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 da haben wir schon 25 so wir müssen aber natürlich auch die versorgungsgüter finden von denen da haben wir schon mal drei sagen riskieren wir mal ja wir sind ja wir sind das kommando hält ein bisschen mehr aus so von den vorräten sollen wir sieben zerstören aber schon mal drei das ist gar nicht schlecht und wir schauen mal wo es die nächsten vorräte gibt wird sich halt schon mal ganz gut an dass man hier rein kommt weil wir auch dann hier die map natürlich entdecken oder menschen die blinden helden weltboss dem wollen wir natürlich nicht begegnen nach möglichkeit und hier unten gibt es halt auch noch weiteren bereich müssen wir mal schauen wie wir dorthin kommen das wird ein starker kampf aber könnte vielleicht hier erstmal weitermachen sehen ob die angelockt werden sieht nicht so aus so ein noch und wir haben gerade mal 8 von 20 ok er übricht sich die frage wo wir angreifen machen wir das hier doch erspät ja mit einigen klassen hat man auch fähigkeiten um einen gegner von einer gruppe zum beispiel aus dem kampf zu nehmen ja dann quasi da muss man halt dann nur aufpassen dass man keinen schaden auf den aus sonst ist die betäubung hat weg wenn man zum beispiel eine gruppe von drei gegnern hat dann kann man einen raus nehmen und muss erstmal nur gegen zwei kämpfen wenn man die erledigt hat kann man sich um den dritten kümmern das ist immer ganz nett das habe ich früher mit dem hexer immer gemacht das ist ja die andere ist das klasse und ja früher wo man noch nicht so viel so spielen konnte war das immer gold wird wenn man dann eins zumindest rausnehmen konnte gegen zwei dann so kämpfen musste ja das war schon viel wert so lass uns mal gucken ob wir hier vielleicht irgendwie hochkommen durchkommen wie auch immer sieht nicht so aus frag mich halt wie man jetzt hier unten hinkommen soll ja werden wir noch sehen hier in die gruppe noch mal rein schieben uns hier durch die gegend so vielleicht finden wir dann gleich noch mal eine gruppe von fünf gegnern die wir dann auch noch mal erledigen können und dann haben wir hier die helden quasi auch schon erledigt da haben wir drei und guck mal hier führt den weg lang den könnten wir da mal nehmen hier vorne gehen wir vier ne fünf nehmen wir doch die gruppe hier punkter brecher selten das sollte relativ schnell gehen die meisten von denen hier sind normale gegner oder eine goldene ist hierbei und natürlich aufpassen dass die patrouille da nicht gleich auch noch dazu kommt so leute das war die helden quest da würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder und dann schauen wir mal dass wir den bereich hier nördlich noch mal entdecken ich stelle mich mal hier so ein bisschen abseits damit wir hier von der patrouille auch nicht aufgehalten werden und genau dann entdecken wir noch mal den rest der südlichen karte hier wenn es geht und ich würde mich natürlich freuen wenn ihr dann wieder einschaltet bis dahin